Eyo, Captain Jack! Eyo, Captain Jack! Bring me back to the railroad track! Herr Müller ist guter Dinge. Er hat den perfekten Mitarbeiter eingestellt. Herr Kurt fängt in Kürze an zu arbeiten. Jetzt muss Herr Müller nur noch entscheiden, wo er den neuen Mitarbeiter am besten einsetzt. Soll ich dafür eine ganze Abteilung umstrukturieren? Viel Aufwand! Oder soll ich die einzelnen Gruppen neu verteilen? Mit wem wird der Herr Kurt wohl am besten zusammenarbeiten? Etwa mit Frau Schulzen? Oh, der Personaleinsatz. Der war doch auch irgendwie geregelt. Da gab es doch ein paar Modelle zur optimalen Bestimmung der Einsatzkonfiguration.